Der Cimetière Parisien-de-Banneux ist einer der Friedhöfe der französischen Hauptstadt Paris. Er liegt extra moros südlich von Paris in Banneux, Département Haut des Seine. Der Haupteingang liegt an der Avenue Mark Stormoy 45. Zwei weitere Eingänge, Porte de Fontenay und Porte de Banneux, befinden sich an der Avenue Gignas im Westen und der Ruedl Egalité am südlichen Ende des Geländes Geschichte. Während der Zeit der Pariser Kommune im Mai 1871 herrschten schwere Kämpfe auf dem Gebiet des späteren Friedhofs. Der Cimetière Parisien-de-Banneux wurde am 15. November 1886 eröffnet. Auf dem Friedhof befinden sich heute über 83.000 Gräber in 115 Divisionen unterteilt. Der Areal verfügt über einen großen Bereich für jüdische Grabstellen. Mit 61,5 Hektar ist er der flächenmäßig nach Pentin und Thiers drittgrößte Friedhof von Paris. Über das Gelände stehen 5912 Bäume von 49 unterschiedlichen Arten. Die einzelnen Divisionen sind mit hohen Hecken umrandet. So wirkt der Friedhof auf den ersten Blick wie eine Parkanlage. Der größte auf Pariser Stadtgebiet ist der im 20. Arrondissement gelegene Cimetière du Père Lachaise mit rund 44 Hektar. Zu den bekanntesten, hauptsächlich französischen, Persönlichkeiten auf diesem Friedhof zählen unter anderem Julius Rimet, FIFA-Präsident und Mitgründer der Fußball-Weltmeisterschaft, der Filmregisseur Claude Berry, die Sängerinnen Frida Boccarat und Barbara und der zweifache Sieger der Tour de France Edmond Jacqueline. Es gab weitere Persönlichkeiten, die mittlerweile auf andere Friedhöfe umgebettet wurden. Der irische Schriftsteller Oskar Wilde wurde in Banu beigesetzt, bevor er 1909 auf den Cimetière du Père Lachaise umgebettet wurde. Der Maler Henri Rousseau, der in Paris starb, wurde am 12. Oktober 1947 in seinen Geburtsort Laval in den Volksgarten Giardet de la Perrine verlegt. Die Malerin Jeanne Hebuterne wurde 1930 von Banu zu ihrem Ehemann Amedeo Modigliani auf den Friedhof Père Lachaise verlegt. Galerie.Ruhestätten Galerie.Ruhestätten Galerie.Ruhestätten